Perirodan 3224 Die hermetischen Archive Von Susan Schwarz Gelesen von Martin Bross Die Hauptpersonen Al-Schoran und Effin Der Ase und der Leutnant kommen nicht gegen ihre Natur an. Tompur und Gynoro Der Kopplor und der Panyase können nicht aus ihrer Haut. Borgosch und Trizeile Die Archivare können nicht gegen ihre Überzeugung handeln. Im globalen Ozean Sie suchen das Fragment Refugium. Das Ende des 21. Jahrhunderts neuer galaktischer Zeitrechnung ist angebrochen. Mehr als dreieinhalbtausend Jahre von unserer Zeit entfernt lebt die Menschheit in Frieden. Zwischen den Sternen der Milchstraße herrschen keine großen Konflikte mehr. Wie es aussieht, könnte Perirodan, der als erster Mensch von der Erde auf Außerirdische gestoßen ist, sich endlich seinem großen Ziel nähern. Der alte Traum von Freundschaft und Frieden zwischen den Völkern der Milchstraße und der umliegenden Galaxien. Die Angehörigen der Sternenvölker stehen für Freiheit und Selbstbestimmung ein. Man arbeitet intensiv und gleichberechtigt zusammen. Bei ihrem Weg zu den Sternen hat ein geheimnisvolles Wesen die Menschen begleitet und unterstützt. Es trägt den Namen S. Man bezeichnet es als eine Superintelligenz und es lebt seit vielen Millionen Jahren zwischen Zeit und Raum. Rodan sieht S. als einen Mentor der Menschheit. Doch S. weilt nicht mehr in der Galaxis. Das Geist des Wesen scheint in ungezählte Fragmente zersplittert zu sein, die sich in verborgenen Fragmentrefugien ballen. Diese Refugien zu finden und die Fragmente wieder zu vereinen, ist Rodans Ziel. In der Galaxis Morschatstas, unweit Gruelfins, sind Adlan und er unterwegs und stellen sich den Panyasen, die das dortige Refugium für sich beanspruchen. Ihr Expeditionsraumer Magellan wird von zwei kleineren Einheiten begleitet, der Ra von Adlan und dem Spionageraumer Aura. Ein kleines Einsatzkommando unter Leitung des Asen Al-Schoran besucht die hermetischen Archive. Kapitel 1 Ra Wir sollten nicht mehr allzu lange warten, bemerkte Efin drängelnd. Es ist gleich soweit, erwiderte Al-Schoran kühl. Der Lausor hatte es gar nicht so eilig, wie er tat. Es ging ihm vielmehr um die Beobachtung des Asen. Würde er eine Reaktion aus ihm herauskitzeln können? Der galaktische Kastellan gab sich gelassen, doch die hochsensiblen Sinne des Lausor, der einen Terraner entfernt an einen Panther erinnerte, konnten nicht getäuscht werden. Vor allem über seine Tasthaare war er sehr empfänglich für die Stimmungen anderer, daher wusste er, Al-Schoran war nervös. Da der Grund dafür nicht ersichtlich war, spornte das Efin zusätzlich an, ihn herauszufinden. Womöglich gehörte das zum natürlichen Jagdtrieb, der allen Lausor zu eigen war. Der Tabu-Planet Aschwalum war, wie nicht anders zu erwarten, vollständig abgeriegelt. Den Galaktikern war es nur mit Hilfe eines Tricks und eines Verbündeten gelungen, sich unbemerkt so nahe heranzuschleichen. Atlans sechster Dim-Kapsel Ra befand sich in einem Hangar der panjasischen Preipash. Das Team wurde aus Al-Schoran, Dharma-Feierland, Antanaslato und Tompur, dem Kopplor, gebildet. Dank dessen Gabe des Paraspinnens war es den Reisenden aus der Milchstraße gelungen, die Preipash unbemerkt zu übernehmen. Ihn zum Verbündeten zu gewinnen, war nicht ganz einfach gewesen, denn begreiflicherweise hatte er die menschliche Besatzung der Aura zunächst für Kappins gehalten, und Tompur, der Fädenspinner, hasste die Kappins aus tiefster Seele für das, was sie seiner Heimat angetan hatten. Umso bereitwilliger hatte er deshalb nach Beseitigung aller Missverständnisse den Galaktikern gegen die Kappins geholfen. Im Gegenzug hatten sie ihm zugesichert, in den auf Aschvalum befindlichen hermetischen Archiven nach den Koordinaten seines Heimatsystems, das er Upmut nannte, zu suchen, damit er nach seinem langen Exil endlich wieder nach Hause zurückkehren konnte. Leider, wenn auch aus wohlüberlegten Gründen, hatten die Galaktiker ihm bisher vorenthalten, dass er die zurückliegenden 250.000 Jahre als Eisskulptur verbracht hatte und dieser Tage niemand mehr die Kopplor zu kennen schien. Die meisten Kappins an Bord der Preipasch waren narkotisiert. Nur jene, die für Steuerung und Hyperfunkkontakt zu der Wachflotte des Planeten benötigt wurden, waren wach. Aber sie standen unter dem Einfluss der psionischen Fäden und waren somit äußerst kooperativ, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wo sich diese hermetischen Archive genau auf Aschwalum befanden, hatten die trotz der Beeinflussung auskunftsfreudigen Panyasen jedoch nicht mitteilen können. Das bedeutete, das kleine Team musste zuerst danach suchen, um ebenso weiterführende Informationen zu dem Fragmentrefugium von Es zu erhalten, dessen Wirken in Motschatzdas spürbar war. Und an dieser Stelle, als sie darüber gesprochen hatten, war Efin aufmerksam auf Altschoran geworden. Eine Diskussion hatte sich entsponnen, ob es überhaupt sinnvoll war, das Fragmentrefugium an sich zu bringen. Die Folgen könnten politisch katastrophal für Gruelfin sein. Mit Chaos und einem galaxisweiten Krieg, der womöglich Millionen Tote mit sich brachte. Denn das Fragment bildete die Basis der Panyasenherrschaft. »Wir müssen uns in jedem Fall den Konsequenzen dessen stellen, was wir anrichten,« dachte Efin, »aber zunächst einmal müssen wir das Fragment überhaupt finden. Und dann müssen wir in der Lage sein, es zu bergen. Wenn uns das nicht gelingt, ist sowieso alles marginal und jegliche Überlegungen und Diskussionen über die Folgen überflüssig. Es steht außer Frage, dass es unsere Hilfe braucht. Und die Terraner, zu denen ich mittlerweile auch gehöre, als auf Terra Geborener, führen eine sehr lange intensive Beziehung zur Superintelligenz, die wir nicht einfach beiseite fegen können. Wir sind nicht auf diese Fernmission gegangen, um aufzugeben. Ohne es droht seiner Mächtigkeitsballung in letzter Konsequenz das Chaos. Es sollte für uns einfacher sein, eine politische Wende herbeizuführen, ohne einen Krieg auszulösen, als unsere Aufgabe absichtlich nicht zu lösen, aus Angst vor den Folgen. Andernfalls wäre wirklich alles umsonst. Also, was war nun mit Al-Schoran los? Effin hatte den Eindruck, als wäre der Ase hin- und hergerissen. Auf der einen Seite schien er zu fürchten, was noch ans Licht kommen könnte, auf der anderen brannte er darauf, das S-Fragment zu bergen. Al-Schoran hatte sich auf seine hohe Affinität zu S berufen, als er seine Überzeugung deutlich machte, das Refugium befinde sich auf Aschwalum. Der Tabu-Planet hatte dadurch noch mehr an Bedeutung gewonnen, nicht nur durch die hermetischen Archive. Die sechster Thronik des tropfenförmigen Kleinraumers hatte Al-Schorans Vermutung bestätigt. Das Team bereitete sich auf die Ausschleusung vor, und Al-Schoran zeigte sich, nach Effins Ansicht, weiterhin im inneren Widerstreit. Schien es einerseits kaum erwarten zu können, andererseits jedoch belastete ihn etwas, das mit dem Planeten zusammenhing. Den anderen mochte das vielleicht nicht auffallen, dem Laosor hingegen sehr deutlich. Kannte Al-Schoran den Planeten Aschwalum etwa schon? Nein, das wohl nicht. Vielmehr schien der Ase sehr unsicher zu sein, seit sie angekommen waren. Etwas arbeitete in ihm, das er sich offenbar selbst nicht erklären konnte. Ein Gefühl, das vielleicht der Vergangenheit entsprang, aber nicht deutlich wurde. Elfin wollte Al-Schoran nicht direkt darauf ansprechen, weil der vermutlich selbst die Antwort nicht kannte, aber er nahm sich vor, den Asen unter Beobachtung zu halten. Nicht, dass der Ase noch mehr zum unkalkulierbaren Faktor wurde, als er ohnehin schon war. Als galaktischer Kastellan lebte er schon sehr lange und trug dadurch jede Menge Geheimnisse mit sich herum, die ihm vielleicht nicht einmal mehr alle bewusst waren. Vielleicht ist es aber auch nur das Fragmentrefugium, das ihn durcheinanderbringt, dachte Elfin, und ich überbewerte da etwas. Die Panyasen werden bald Fragen stellen, bemerkte Antanaslato. Ra meint auch das. Ich wollte abwarten, bis die Aura genug Sicherheitsdistanz erreicht hat, unterbrach Al-Schoran. Mir ist bewusst, wie sehr die Zeit drängt, aber wir dürfen keinen Fehler begehen. Die Freude war groß gewesen, als der Kontakt zu der vorgeblich vernichteten Magellan hergestellt werden konnte. Damit stand nicht nur fest, dass man keineswegs die gesamte Besatzung samt Perirodan verloren hatte, sondern es war schlagartig auch die Chance gegeben, Moschatz das wieder verlassen zu können. Denn der Trick mit der Übernahme eines Panyasischen Blutstropfenraumers, der die Schwarzsterngrenze überwinden konnte, war mehr oder minder eine Verkettung glücklicher Umstände gewesen und würde sicherlich kein zweites Mal funktionieren. Die Gefahr, dass ihre Tarnung demnächst aufflog, war ebenfalls groß. Allen war bei der Überschreitung der Grenze nach Moschatz das bewusst gewesen, dass die Suche nach der Magellan womöglich vergeblich war und sie unter Umständen auf längere Zeit festsaßen. Doch dann die Erlösung. Die Magellan war intakt und meldete sich. Das hob die Stimmung immens und das Team um Al-Schoran ging leichteren Herzens an Bord der Ra, um sich schnellstmöglich auf den Tabu-Planeten zu schleichen. Vielleicht trafen sie dort sogar mit Perirodan zusammen, der laut Kommandantin Mirabel Eden vor einiger Zeit ebenfalls nach Aschvalum aufgebrochen war. Über Atlans Aufenthaltsort wusste allerdings niemand etwas. Das dürfte Al-Schoran eher weniger ausmachen, sinnierte Efin, denn nach dem, was man so hörte, kamen der Akonide und der Ase nicht besonders gut miteinander aus. Aber was soll man da glauben? Sogar Bull und Bostig hatten zum Schluss einen Modus wie Wendi gefunden, und die hatten einer mit dem anderen viel tiefer gehende Probleme gehabt. Und in gewisser Weise sind Adlan und Al-Schoran sich sogar sehr ähnlich, aufgrund ihres hohen Alters und ihrer vielen Geheimnisse. Viel wichtiger war, dank des Kontaktes zum Magellan erschien alles in einem besseren Licht, und sie waren dem Ziel so nahe, nun ja, dem ersten Ziel. Ob sich die weiteren Hürden als genauso schwierig oder sogar noch höher erwiesen, darüber wollte Efin lieber nicht nachdenken. Er konzentrierte sich besser auf die aktuelle Priorität. »Die Preipasch wird gerufen«, meldete Antanas Lato. »Kein Problem«, versicherte Tompur, »meine Fäden kleben noch aktiv an dem Funker.« »Na, hoffentlich bewährt sich das«, brummte Efin. Der Kopplor war ein Kopfläufer. Er stand auf einem krallenartigen Gefiert aus knochigen, sichelförmigen Beinen. Das Kopfsegment verfügte über einen porigen Schild, darüber wölbte sich ein sackförmiger Leib. Als gerade Linie verliefen auf dem Kopf Teilmünder, die mit fransenartigen Lippen versehen waren. Die Kommunikation war nur mittels Translator möglich. Dennoch entging es Efin bei aller Fremdheit des Anderen nicht, dass Tompur es kaum erwarten konnte, die Koordinaten seines Heimatsystems zu erfahren. Nicht nur, dass er nach Hause wollte. Es war für die meisten Lebewesen wichtig, einen Bezugspunkt, einen Anker zu haben, was oft aber nicht immer die Heimat war, um irgendwo hinzugehören. Das kannten die Laosor und damit auch Efin sehr gut. Ihrer Entstehungswelt schon sehr lange beraubt und nur noch extrem gering an Zahl, hatten sie eine neue Heimat auf Terra gefunden, der sich Efin verbunden fühlte und für deren Schutz er alles unternehmen würde. Insofern unterstützte er den Kopplor und wollte ihm seinen dringendsten Wunsch erfüllen. Das war ja wohl das Mindeste, nachdem er den Galaktikern den Weg nach Morshatzdas und weiter nach Aschvalum ermöglicht hatte. Aber wie würde er es aufnehmen, wenn er erfuhr, dass sein eigentliches Leben über 250.000 Jahre zurücklag? Der Funkverkehr wurde in der Rahr empfangen. Tompur war überzeugt, dass seine Anwesenheit unmittelbar bei dem Funker nicht erforderlich war. Der Panyase war entsprechend instruiert und konnte kaum in Erklärungsnöte geraten. Verplappern konnte er sich nicht, da er unverbrüchlich an die Richtigkeit seiner Antworten glaubte. Notfalls, erklärte Efin leicht hin, kann ich dich ja schnell hin teleportieren. In mehreren Etappen, da er als Nahdistanz-Teleporter eine maximale Reichweite von rund 50 Metern hatte. Aber selbst mit mehreren Sprüngen schafften sie es auf diese Weise schneller in die Zentrale als auf dem üblichen Transport.